mit dem gründungsklan hier von racke werden wir heute die stellungen auf der westseite stürmen ihr seht schon diese blauen markierungen ja das wird unser ungefährer laufweg sein von diesen feuerpositionen aus haben wir die möglichkeit unterdrückungsfeuer auf das rot markierte gebiet zu geben der feind hat gräben wie bereits markiert und auch von mir übersetzt wo wir uns wo wir selbstverständlich nicht drauf laufen sondern vorbeilaufen deswegen ist es sommer die mücken nerven jetzt schießt einer der bestreckt den kommandanten alle null drücken waffeschultern direkt an die kiste gehen hier direkt an die kiste so wer fertig ist antreten vorne an der straße aus dem zogen ich bin voll ich hab mir gedacht, dass ich hier noch eins ich hab mir gedacht, dass ich hier noch nicht ich hab mir gedacht, dass ich hier noch nicht ich hab mir gedacht, dass ich hier noch nicht ja, keiner hat schanzlos dabei und wir haben schon schon das Zeug du kannst so ausrichten vernünftig ausrichten hier was denn das Leute, ich kann nicht zu euch kommen Also wir sind gerade hier. Wir werden uns dann über die Straße hier und dann quasi rüber bewegen. Im Anschluss werden wir bis zur Feuerposition 1 vorrücken, dort erstmal Stellung machen, dort werde ich eine Sekunde nutzen, um aufzuklären. Ebenfalls haben wir die Aufgabe bekommen, die Westflanke zu übernehmen, sobald wir die Position genommen haben. Die russischen Kommandanten haben mir sinnbildlich gesagt, dass sie wahrscheinlich den Angriff nicht überleben werden. Und deswegen soll ich die Westflanke nehmen, hier oben. Ja, alles klar. Jetzt sei es optimistisch. Er hat gesagt, wenn wir sie genommen haben. Sehr gut. Oh ja, ich bin Steff eigentlich. Eigentlich ist Markus eher besser. Ja, eine Frage. Okay, Felgov, Steff, nach hinten mit dir, ganze Gruppe rechts. Um. Rechtsum. Und im Schritt vorwärtsmarsch. Im Schritt vorwärtsmarsch. Vorwärtsmarsch. Glück, meine Herren. Die Felgenuniformen sind auch nicht unschick. Halt. Halt. Aufschließen und eine gerade Linie bilden. Also eine gerade Reihe bilden. Sieht sehr schön aus. Herr, das sah wirklich sehr gut aus. Ein Tipp für die Jungs, die zum ersten Mal mit dabei sind. Wenn die Wachstum auf dem Brücken habt, verbraucht ihr weniger Ausdauer beim Laufen. Rechtsum. 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 Guten Abend, Freundschaftslein. Jakob, degrees Führer. Weil ich auf, aus Versehen einer, weil ich einer Rechtsumgruppe bin. Äh, tatsächlich ist das eine sehr gute Idee, Al星 Found Carolyn. Ist es oder? X. 25 geworden und ab in den krieg und vorerst marsch vorerst marsch laufschritt laufschritt keine abstände einfach laufen unbekannter soldat wer stehen bleibt wird überholt links 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 das gelände ist ja doch ziemlich offen oh guck mal wie viele die sind das zick hier jetzt gerade ist ganz lauf bloß nicht denjenigen an der kiste die kiste meiden ganz ganz weit weg meiden also wie gesagt marcelo lott in slots ist es 58 gegen 28 wenn wir wenn wir uns im wald hier bewegen ihr seht wie beschissen offen das ist wir haben bedingt deckungsmöglichkeiten ich möchte das immer wenn wir in der schützenkette aufgehen dass sich immer zwei mann in einer deckung befinden wenn es keine andere möglichkeit gibt und das aller wichtigste eine rufreichweite bleiben immer wiederholen wenn nötig mal schreien also wir sind wir können das ab angebrüllt zu werden das ist kein problem okay unterdrückungsfeuer unterdrückungsfeuer jeder von euch hat sich noch extra clips eingepackt ich will dass die rohre glühen egal welches rohr mit 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 Danke, mein Freund. Ich habe... Ich habe jemanden. Maximus! Ja, Sir! Los geht's! We need to recognize position. Ja, Freakowboys! Ich habe jemanden gesehen. 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 Ich bin wieder. Ich habe nur einen berufenden Blatt. Zwei, da war ein. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Perfekt. Wir lassen die kurz vorlaufen. Wir lassen die kurz vorlaufen. Der andere Gruppe läuft vor. Danach gehen wir. Warten noch, bis alle aufgeschlossen sind. Aufschließen. Sehr aufgeschlossen. Wir sind links rum, ne? Hinterm Hügel bleiben. Keine Formation, einfach erstmal hier bleiben. Bleibt aber unten in der Senke. Vor, bis ihr unten in der Senke seid. Ja. Wie gab es das vor? Wie Shift-V oder so. Das war lustig. So Männer. Um mich herum. Kreis bilden. Kreis bilden. Kreis bilden. Ihr könnt gerne einen umschlossenen Kreis machen. Das ist egal. Es geht darauf, dass ihr alle auf der Map gucken könnt. Bisschen dicht dabei. Bisschen dichter ran. Soll ich jetzt alle die Map öffnen? Ja. Also unsere Position hier. Eigene Position. Gesehen alle? Ja. Ja. Gut. Nächste Marschposition ist hier der blaue Pfeil nach oben Richtung Nord-Ost. Zweiter Halt hier oben. Kurz Sichtkontakt Richtung Objective halten. Ob man was sehen kann oder nicht. Stopp. Wenn nicht. Gehen wir weiter. Ist zu unserer Position markiert mit Zug 2. Wurder Zug. Verstanden. 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 Also für die, die die Punkte nicht sehen. Also nochmal. Gehen wir alle von der Karte raus. Zur Orientierung. Merkt ihr einfach. Hier sind wir. Wir laufen Richtung 36. Von uns bewegen wir uns hier rüber. Wir haben keinen Kompass. Wir haben keinen Kompass. Deswegen meiner. Das hier ist Norden. Das ist Norden. Ja. Wir nehmen uns Richtung. Das ist Nord. Wir bewegen uns in diese Richtung. Die Sonne ist genau am Rücken. Die Sonne ist genau am Rücken. Perfekt. Ja genau. Sehr gut Marcelo. Äh. Einfach entgegengesetzt. Der Sonne ist Norden. Gute Orientierung. Gute Orientierung. Akkus. Der Rest. Tritt mir nochmal. Der Gruppe bei. Willem. Hilfe. Genau. Alles klar. Felghoff. Du hast einen Überblick gegen ihn. Von den Leuten. Ja wegen wir noch Elfmagazine. Bis DP dabei ist. Alles klar. Dann die Leute. Einmal neu einteilen. Dann bleiben wir hinter mir. Hinter mir sammeln lassen. Das ist ein bisschen schwierig. Sammeln da Markus. Bis zuerst. Der Rest. Bei der Nachbarn. Bei der Nachbarn. Jeder der in der Gruppe. Ich würde MG3 machen. Weil ich auch noch einen Wert brauchen. Ja. Passt. Ist so auf den Mund mit Pika? Sonst machen wir den Gegag. Aber passt. Okay. Passt. Mal steht. Wir rücken aus. Sobald Position 1 genommen wurde. Es wurde bereits gemeldet. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Es wurde gemeldet. Dass bislang keine Feindaufklärung auf der Ostseite festgestellt worden ist. Das bedeutet wir werden dementsprechend auch mit einem Zangenangriff auf die Position 2 vorrücken. Das heißt während jeder im Süden vorrücken rückt unsere Verbindete Gruppe oder die Verbindeten Züge von Osten her an. Ja. Verstanden. Das ist ein Schuss. Ähm. Danke. Und ich will nochmal hin ner. Es geht noch nicht los. Locken. 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 Again. Ich habe die Musik nicht mehr genommen. Ähm. Noch mal. Wir sind jetzt zurück auf der Straße und wir kommen... Auf! Auf! Ne, jetzt haben wir's gut, ich hab's gut... ...Halt, Halt! Rezo, du stehst hier, ne? Halt! Halt, zu ihm! Abrockn Dank für dich, ab diesem Hügel beginnt kein Territorium Verstanden Alle trinken, wir können... OPEN! Willst du was von mir haben Marcelo? Es scheint auf jeden Fall gut zu schmecken Männer, ne? Und das Bayreuther Helde schmeckt schon Marcelo und ich trinken einfach aus dem Teich raus hier Ok Männer, hinter dem Hügel direkt voraus Feinkontakt Hinter dem Hügel, direkt voraus Feinkontakt Da könnte direkt Feinkontakt kommen Aus diesem Grund So schon mal die Kniffen raus und schon mal durchladen Aus diesem Grund schon mal die Kniffen raus und durchladen Raus, durchladen Raus, durchladen Sicher Jetzt schon mal auf 200 bis 300 Meter Ungefähr 200 bis 300 Meter Die zwei auch wahrscheinlich Welche Ausbildung Schon im Hoh Habtana Ich hatte ne Ausbildung Ich bin Prakti Ich bin der Jürgen und ich mach mein 3-wöchiges Schnubber-Praktikum hier bei mir ja 9 Ich mach mein Schnubber-Praktikum als Panzerwaffe Ich hab übrigens meine Meinung geändert Felix ist jetzt erster Speer Und Marten roter Speer Und Marten roter Speer Ne, mehr Werte, richtig? Dankeschön Du schust mir leid Felix Kein Problem Aber Felix, ich will dann auch, dass du in dieser Stimme sprichst, wenn du mir Meldung gibst Hey, oder was? Felix, geh mal einen Mörtel holen Du willst du Kalk oder normal? Normal denn Normale Rohr Also jetzt Richtung Nord-Ost Sich bewegen, bis wir auf den Bach stoßen Alles auf Alles auf Vorwärtsmarsch Vorwärtsmarsch Oh, wir haben den Punkt genommen Oh man Ura, ura Formation wird weiterhin so beibehalten, wie wir jetzt laufen Formation beibehalten Formation beibehalten Ui, ich bin da wach Laufen Rechts herum Wir laufen nicht über die Steine Das ist zu gefährlich Oh, da war ne Krusion Augen offen halten Augen offen halten Augen offen halten Bienen Bienen? Bienen Du bist dort Du bist dort Das sieht ja schon schick aus Das sieht ja schon schick aus Bis zu welchem Punkt laufen wir eigentlich? Punkt 4? Oder sind wir da schon durch? Bis wir zur Straße kommen Sorge Einfach laufen Auf 12 Uhr ist auf jeden Fall noch eine Gruppe Auf der linken Seite vom Bach Was sind wir da die ganze Zeit, ey? Was sind wir da die ganze Zeit, ey? mit gehört ja aber nicht die markierung nicht gesehen ich habe es extra markiert okay machen wir machen so entlang rechts der straße bleiben wir und dann machen wir bei 28 28 30 halt so dass du da war ich habe das auf also raus raus was schon los wir müssen richtung nordwest bei der männer noch mal zur orientierung norden auf geht es vorwärts marsch okay für den rest noch mal wenn wir sporadisch unter feuer genommen werden also wenn wirklich wenn wir wirklich unter feuer genommen werden und nicht einfach nur querschläger dann selbstständig selbstständig deckung suchen und gegebenenfalls zurückfahren also stellen zurückgeben also sprich so 15 meter zurück auto also selbstständig ich will nicht dass die leute auf ihrer stellung beharren während die zusammengeschossen werden wir laufen jetzt hier bis zur straße gleich sichtbar sein muss laufen bis zur straße weiter weiter jungs weiter jungs damit wir jetzt nicht zu viel abstand zu den jungs kriegen das ist aber die erste kreuzung jetzt mal ich bin auch ein bisschen verwirrt marcus aber gehen wir hin alles gut ach wir sind da oben schon in der kreuzung ich weiß welche kreuzung das war wir sind hier oben hier richtig bei 15 dann würde ich sagen folgen wir der straße jetzt hier entlang und dann passt das perfekt lass uns mal bei unseren leuten bleiben muss ich meine aussage von gerade eben zurücknehmen wir lernen nicht von mien zerwich sondern von mörser ich meine wir haben mien detect mörser die straße halblinks auf 10 uhr versteckt mich hinter piker wird schießen ja ja bei dem kannst du dich nicht verstecken ausdauer ist gleich fertig jetzt war es der bunker dann war es das da hinten keine lücken gelassen ausdauerhalt hinter den steinen hier ausdauerhalt hinter den steinen links ich möchte jetzt einmal kurz ruhe bitte damit wir uns konzentrieren können so wir sind jetzt an den großen wir sind an großen steinen das könnte hier sein marcus oder ja ich vermute auch ja ja das ist das heißt richtung südost richtung südost müssen wir uns bewegen südost ist diese richtung ja genau da genau da wo die schüssel herkommen alles klar also richtung 22 für alle die einen kompass haben schützenkette aufgehen schützenkette aufgehen schützenkette aufgehen ich sag das gut für marcus also wir machen hier wir bilden hier der schützen schützenkette jetzt aufgehen schützenkette felix bleibt bei mir der bleibt dicht bei mir und knifft raus jungs knifft raus und langsam vorwärts langsam vorwärts langsam vorwärts die abstände ein bisschen verringern damit wir uns nicht zu sehr verlieren gerade jetzt sofern wir noch nicht kämpfen wir rücken weiter in die richtung vom zur straße in der straße kurz halten ganz kurz alle aufschließen los 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 nicht hinlegen nicht hinlegen geht direkt weiter forestern vorwärts ja ohnehin akkule sind welche markus frein zu sein frein zu sein ein mann ein baum und jetzt bewegt euch hopp hopp clap hopp 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 Die sind oben, die sind ein Stück weiter hinten ruhig, hinter der Kuhle. Halb links sind Verbündete. Und in der Kuhle Verbündete. In die Richtung. Halb rechts, Frank und hoch. Wir machen hinter den Kuhle halb voll. Oben auf dem Hügel halb rechts eigene. Langsam den Hügel hoch. Hügel hoch. Langsam hügel. Halb rechts eigene. Stellung. Vorher frei. Vor uns sind noch eigene. Vor uns sind eigene. Wir sind glaube ich halb links. Nein. Auf den linken Ring. Meinst du mehr halb links? Stellung, fahren wir da vorne. Schauen wir noch nicht. Schauen wir noch nicht. Links von hier. Läuft nach vorne. Nächsten. Läuft nach vorne. 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 Passt nach vorne. Läuft nach vorne. Nicht sprinten. Normal. Normal. Los. Leute komm, schau, Vorsicht. Läuft nach vorne auf dem Berg. Eine Höhe halten. Eine Höhe halten. Halten da vorne. Felix zurück. Felix doch, 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 doch. Das soll so, das soll so. Felix jetzt soll sprinten. standen nicht vorrücken nicht vorrücken ... ... ... ... wir haben beide Punkte, wir haben gewonnen N N N Y N ... ... Ich habe die Kalamaden! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018